Jo, wahrscheinlich, mit dem Montana Beleck. Was zitterst du so? Was läuft? Was läuft? Wie hat der eine Freunde gefunden? Wieso bin ich Single? Läuft willkommen und zum nächsten. Der scheißt sich im Stream einfach... Also der scheißt sich einfach öffentlich ein und... Video. Wer heiratet? Sie? Jemand, die rechts heiratet. Die im Violetten mit dem... Das Weinrote Ding? Die gerade vorne sitzt und hochguckt? Ich schätze, ja... Nee, nee, ganz... Ganz, ganz rechts. Die mit der Kipp in der Hand. Kannst du bitte Wonderwall spielen? Danke, Mann. Egal wo man ist, jeder Bastard auf jeder Bastard-Party kommt irgend so ein Bastard mit seiner Gitarre und spielt Wonderwall. Oh Gott, ich hasse das. Man, Bro, merkst du nicht, dass die gerade alle auf Ketamin sind? Hör auf Gitarre zu spielen. Lass das. Das dem... Drei Leute. Geht doch einfach rein und guckt. Steht nicht vorm Laden und fragt... Let's go, Alter. Hey! Die Postert, ertäuscht an! Er... Hä? Kommt wie rein! Halt! Ah, ihr kleinen... Alter! Ey, kann man Zwiebeln pur essen? Nein. Junge, what the fuck? Haben Sie gerade gewaschen? Weil dann können wir sie mit Scharne machen. Ja, das waren tatsächlich mal ein paar normale Gegner auf sympathisch angelehnt. Oh, ich bin einmal wie in der Nase am Jucken! Du verdammter Hu... Carsten? Auto kommt noch. Oder angesniped. Der eine, der pusht über links. Ein Auto kommt noch. Ey, was spielen die da? Ich habe einen. Ich habe seinen Teamkollegen. Sehr gut, ich habe den anderen. Der war so. Oh, Alter, Mann! Lass mich da rein! In Ruhe! Ach, du Scheiße. Ich kann nichts machen, oder? Was ist das für ein Game? Und jetzt alle zusammen! Black of Steel? Darauf stehen die Frauen! Der Track ist actually wild. Es gibt zwei Menschen, die sich reichweitentechnisch von dem Parfüm wirklich die Hand geben. Das ist Marc und Amard. Amard riecht... Kann es irgendwo draußen sein. Ich schwöre, Amard riecht immer nach Louis Vuitton. Amard, Digga. Amard wird sich komplett... Irgendwann tätowiert sich Amard einfach Louis Vuittons Skin ins Gesicht. Auf einer Bank oder so. Und Amard kann auf einer anderen Bank sitzen. Bruder, die riechst du gegen den Wind. Irgendwie gehen immer die Menschen um mich herum. Ich weiß nicht warum, Chet. Ist das normal? Oh, warte mal! Ist das auch noch Haare? Oh, iiii! Digga! Was kommt da raus? Holy moly! Nichts! Halt Headshot! Halt Headshot! Neee! Ja doch! Äh, Digga näin falsch in Mitte! Alles gut, kein Problem Ich akzeptiere das Auch wenn das tut weh Man muss Dinge akzeptieren im Leben Das tut mir sehr, genau Alles gut, Frau Woll Ich, ich, ich Haben Sie ein schönes Leben, ne? Boah, habe ich heute Abend wieder Bock drauf Ja, okay Und einen schönen Abend Danke, das wünsche ich Ihnen auch und ich will aufs Wein Bis dann Tschüss So, gut, was ist los? Ich lade dich auf ein Milka-Schoko-Herz ein Willst du? Oder wie we so jetzt machen will Willst du ein Milka-Schoko-Herz? Oh nein, es ist runtergefallen Nein Vielleicht Tanzer wurde einfach durchschaut Kennt ihr diese TikTok-Challenge Wo Frauen knien problemlos ihre Arme hinter den Körper führen? Hey Ich habe gesagt, das soll keiner klippen Ich habe das Video die sogar offline genommen Wo Wo ist dieser Clip her? Wo ist dieser Clip her? Ich habe das VUD sogar gelöscht No joke Das VUD ist nicht mehr da Wie habt ihr das gemacht? Da muss irgendein hobbyloser Wichser sitzen Mit einem scheiß OBS-Interface Und nimmt das direkt auf Und schickt das sofort an Hungry Yahugo Bei Gott, Alter Was ist denn mit euch, Mann? Hey Sascha Könntest du bitte den Fuss auf deiner linken Schulter anführen? Intriggert Und falls du jetzt gecheckt hast Ob da eine ist Je weiter Jo Kevin, du hast was auf der linken Schulter Sieht aus wie ein Fussl Keine Kevin Clips Mehr machen Nicht mehr machen Okay, ich bin bereit Also ich möchte es nämlich ernst nehmen Das Lied ist ein bisschen ruhiger und entspannter Ich widme mir dieses Lied meiner Community Eins, zwei, drei Ich werde schon während der Fahrt anfangen Mir die Haare zu schneiden Nicht, dass die sich wohnen Wenn du es Fick dich ins Knie für die 100.000 Punkte Ganz einfach Dann, Herr Witter, ja? Wie weit ist es zum Friseur? Ich bin so gut geflogen Kennt ihr diesen Song? Ich bin so gut geflogen Ich glaube, es ist von Kelly Clarkson Since you've been gone Ja Sing mal vor Nee, geht nicht Ich bin so gut geflogen Moin Leute Trimax hier Heute gibt es eine Premiere GTA RP Ich könnte niemals in meinem Leben RP machen Weil ich keine Rolle spielen kann Stellen Sie sich mal vor Ich bin Max Sancho Fertig Ja Freut mich, Sie kennenzulernen Ja Wo kommt das MG her? Das war auf einmal in der Tasche Drücken Sie bitte den Tab-Muskel Tab Wigwin-Macher? Holy Sch** Was ist das hier für ein Praktikum, Mann? Herr Sancho, können Sie bitte aufhören zu tanzen? Wo geht das? Können wir uns irgendwie zur Begrüßung die Hand geben? Geht das? Irgendwo? Entschuldigung Ich bin so froh, dass der nicht bei uns auf Servers ist, der wäre so umgebracht worden Hey, oh mein Gott, das ist überhaupt nicht Hand geben Nicht runterfallen, bitte Ja Alles gut? Sind Sie sich sicher, dass Sie sich schon trauen, selber zu fahren? Ja Den kriegen wir Alles verlegen den auch dran Wir verlegen den auch dran Oh Gott Das lässt sich ganz anders lenken als das Fahrschulauto Hallo 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 Jetzt bin ich der Polizist, der einfach durch die Wildnis läuft Witzig Oh ja, das zwirbelt Oh nein Ey, Junge Max, wie kann man so bad sein? Holy shit Es geht nur ums Geld Ihr kriegt nicht genug, ihr kriegt nicht den Hals voll Es geht immer nur ums Geld Geld, 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 Geld Würden die dem irgendwas schenken aus Gold Dann könnten die alles verwenden, was die wollen Was? Die sieht geil aus Die 16-jährige Finja Und rein in den Knast Leute Ja, kommt hoch Der Typ hat euch alle beleidigt gerade Komm, geh noch einen Schritt Noch einen Wenn du ein Mann bist Nein Kein doch sein Und Orange ist halt eine Frucht Die wahrscheinlich viel mehr gebraucht Ja, Digga Ich sag Orange hat weniger geboogelt Yo Digga, wie lost Oh, Bruder Wahrscheinlich Dankeschön Toll Bruder, was machst du doch Ich sag dir ehrlich Wenn ich ein Kind kriege, dann will ich auch 100% da reinstecken Wenn dir auffällt, Copelandmusik zu benutzen Ja, ich würde dir gerne helfen Also ich kann ihnen einmal diesen Monitor hier empfehlen Aber diese Telefone hier hinten sind auch gar nicht so schlecht Also ich würde ihnen die gerne alle empfehlen Die können auch gerne mit zu den Mitarbeitern kommen Ich sammle Nummern von Kollegen der Zeit Ja Ich würde dann ihre Nummer auch direkt abspeichern Ja, kriegen wir Oh, Max, Alter Maschallah, Maxi William Mainbag Ja, ich würde dann Untertitelung des ZDF für funk, 2017